oh jetzt ist er weg gut lagerfeuer machen hier brennt jetzt alles auf jeden fall das brennen einfach alles abbrennen hat voll eigentlich voll lustigen vorteil es wird aber alles hell kann es so eine seile machen man kann jetzt auch hier kommen die zeitmaschine wenn hier noch so schön ach guck mal jetzt geht's los food kann man jetzt eine briggs machen hab ich da hab ich da gerade echt ein blitzer pleiter gebaut ich glaube ja pickaxe ich kann jetzt auch sachen machen ich hab da gerade echt ein blitzer pleiter warum weiß kann ich noch alles erforschen kann alles was grünes kannst du nämlich schon erforschen ja war das jetzt hingepackt die olle nudel hmm ach wow kann ich denn ok sticks bauen noch kann ich nämlich ein bär machen ähm das ist vorher auch wieder ausgegangen ja du musst erst ein prototyp erstellen und dann kannst du erst das herstellen ne prototyp ist im erforschen da und dann hast du auch schon einen ja aber du musst das material dafür ausgeben ne ja man muss immer das material dafür haben boah was schmeiß ich weg sonst geht das nicht was schmeiß ich weg was schmeiß ich weg nein 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 was ist das denn nitroid boah ist das scheiß Ding auch noch kaputt gegangen keine sticks mehr toll toll ich schmeiß eben das grasse hin das sind scheiß samen ja ähm ja schwein wer du ja nö du it's magic survival wie hä warum hab ich jetzt bei dem lagerfeuer asche jetzt ist die asche weg hä vor betrug ja du musst das große lagerfeuer machen es gibt auch noch ein großes ja ein großes dafür muss man nicht die steine achso steine steine und es ist wieder tag doch verdammte sticks wieder safe weil sonst kann ich mir keine axten zwei wirbelöcher nebeneinander jawohl respekt nö kann ich nicht irgendwo noch sticks rumstehen da hast du es wieder noch jetzt ist es bei mir ganz in der nähe ooooh lass mich in ruhe verpiss dich sag nicht das verfolge mich jetzt schon wieder sowas bräuchte dafür auch noch fünf stein kann ich in ein lager reingehen dass das mir nicht hinterher kommt wenn ich nein das schlimme ist aber ich weiß noch nicht mal den weg gleich wieder ich hab wieder so ein gedächtnis ja wie immer wenn du im lager bist dann kannst du davor flüchten dann hau das wieder ab naja jetzt erstmal sammeln 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 ich hab mir ein bliebchen wofür die auch immer da sind zum verbrennen nicht ganz gut ja die kannst du glaube ich auch essen ja kann man auch aber die sind am besten zum verbrennen da davon viele bienenstöcke da bei mir unten stehen habe ich gerade gesehen so dann bauen wir uns mal jetzt eine axt okay ich brauche nämlich holz um das feuer immer hoch zu halten und andere sachen zu erforschen macht das ding kaputt das denn für ein blumenkreis oder was ist das ich hab schon einen pilz gesehen ich hab einen blumenkreis gesehen was kann ich denn machen die setzlinge weg damit dann lass die droht dann in ruhe kommt schon naja was ist das denn ein ring geht her oh ich sollte dann gleich zurück nein das ist mein axt kaputt gegangen ich hab so einen ring gefunden das problem mit dem spieler keinen platz komm ich muss mal was ja ich muss unbedingt was essen sehe ich gerade dann kann man bestimmt auch die tannenzapfen weghauen kannst du nicht essen ja aber die kannst du bestimmt verbrennen ja kannst du aber du kannst dich auch setzen dann wachsen neue bäume ach so das ist ich würde sagen viel besser warum sagt mir das keiner hätte das vorher machen sollen jetzt weißt du das doch also stell dich mal nicht so an jetzt weiß ich's ja sag ich halt also stell dich mal nicht an das kann ich eigentlich drumherum anbauen ach komm mal da hab ich ja noch mehr zuerst ich sollte mal wieder zurück ja fein gegessen das sind flinz was noch mehr flinz ich hab schon paar durch steine erbauen aber naja hatte ja gerade mal 24 stück ich will gleich erforschen auf jeden fall kann ich mir gleich nochmal neu machen kann ich mir gleich nochmal neu machen ja das seil habe ich auch miss gebaut essen ist wichtiger essen ist wirklich wichtiger essen ist wirklich wichtiger oh da ist noch ein stein schnell ey ich würde sagen ich renne schon mal zurück mir ist scheißegal ob du hungrig bist dann stirbst du halt weil die sonne geht gleich unter ja und dann musst du wieder alles von vorne machen viel spaß ich weiß nein nimm doch diesen kack stein nimm doch einfach den kack stein ich weiß jetzt frisst die scheiß bären rum dann bau den stein nach zack 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 oh mann paar flinz was ist das eigentlich pick up nitrate keine ahnung kannst irgendwas mit machen ja ich weiß fragen was kann man immer mit den sachen machen was ist denn noch feuer ne fackel ist ja mein lager bin hier gleich da kannst du eigentlich da oben ich weiß gar nicht was haben angefangen eine stunde was ist das 1906 haben wir angefangen ja so sagen wir 1908 so ungefähr mein lager war ja wo bist du da ich habe irgendwo bäume gepflanzt sooo kohle komm her da und machen da holst du es schmeißen geht nicht und im gras ach da es ist so nimm doch einfach mal das große lager und da haben wir die schaufel kann wir jetzt mal noch ein paar backpack oder auch zeit habe habe ich jetzt bäume pflanzen ach da backpack habe ich auch so auf jeden fall richtig haben hey wo das das da rein das da rein ne man kann sogar eine wand bauen man kann man kann du kannst die mauern bauen kannst alles sicher machen kann ich denn dann noch lernen kann ich mir mal einen felder bauen das ganze machen ist auch wieder alles neu und durch die platten kann ich nicht singen machen ich glaube ein schild meine ich so sein komm wir mal schild dahin ich kann das nicht platzieren das kann ich da oben noch machen ach hier was habe ich denn da dafür brauchen wir einen bretter eine store rolle ok ach so eine ja ok verstehe gold wie kannst du das denn bitte schon platzieren was schild warte mal ist das schild rechts habe ich das gemacht meine ich muss natürlich auch frei sein die fläche das ist ja auch aber irgendwie geben das trotzdem nicht naja egal ich verschwende so jetzt ist es wieder tag ojo 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 schlag mal ein paar bäume noch als ich gepflanzt habe zack 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 kann sagen das halst du mit in den backpack genau wie die sticks und die pflanzen wir gleich wieder die pinien ich pflanze gerade auch schon nimm bei mir in der nähe oh ich muss unbedingt was essen oh ja das habe ich gerade nicht gesehen mhm zack naja muss man das ding eine falle bauen nicht hab keine sticks mehr dafür naja weil der sparrt immer so rum ab und zu mal ey wenn du etwas hinwetzen willst ja wenn es ihm nicht passt okay mal schlaberst du schlaberst du schlaberst du schlaberst du war nix beim schaufel hab ich doch jetzt auch da dann graben wir mal den stamm aus da kriegst du noch mal ein bisschen mehr holz das ist ja dämliche fugle immer noch hier nö er ist weg weg ich brauche sticks da ich hab kein nickelhäuser hier noch genug rumstehen sticks und stein wäre jetzt wichtig und was zu fressen unbedingt ähm ich laufe zack kann man seinen eigenen felder wohl machen mhm hätt man wohl machen können ne alter ich hab grad ist da hinten ein scheißhaufen ich hab ein scheißhaufen gefunden ja ich weiß oh noch mehr scheißhaufen ich hab grad den kompletten ast ähm ich bau grad auch die beerenbüsche ab okay die kannst du mit ner schaufel rausholen oder wie ja kannst du überleg mal du kannst das ja alles hinpflanzen ja ja klar nimmst die beerenbüsche mit und pflanzt sie bei dir an ne ja ja genau so wie die arzt dinger naja ich glaub das bringt nix außer dass du was zum verbrennen hast graves genau so wie du wenn du die holstämmer auskrammen kannst ne geht nämlich auch langsam wird's wieder dunkel ich nehm mir noch bei mir dauert das noch nur einen moment ach scheiße da oben ist ein goldnacket nehm ich noch mit unbedingt hey wo ist denn meine fackel wo ist meine fackel wo ist meine fackel ich hab keine hier ist man nach hause wieder es ist noch tag aber trotzdem ja ja ich mach jetzt auch schon auf den weg obwohl ich keine fackel ich ja shit 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 da hab ich keine hey wo ist denn meine fackel das ist immer nicht meine axt ach da da ist doch nicht dann sammeln wir noch ein bisschen neust zack 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 komm boah seid ihr der hässliche dinger was nein fledermäuse ja ich glaub das ist neu bei dem ich das letzte mal gezockt hab ich weiß das gar nicht äh ich bin gleich tot irgendwie da weil die fledermäuse einfach ein verfolgen einfach weiter rein einfach rein einfach rein bis in dein lager naja dann geht's dann sind sie nämlich weg hey mach das jetzt mit der holzkohle an ach so alles klar ja ne mit dem kein nick laufen kein nicke ding auskriegt da haben naja ist ne schaufel warte mal die den hasen nicht mehr hinterher du achte nein ich brauch was zu essen komm zack zack so ach der brauch so ach der brauch das scheiße ich brauch scheiße im wahrsten Sinne des wortes ja ja weißt du du wirst den dummen Hasen treffen ach jetzt hab ich so ne pik was ist denn Wazor ey was ist Wazor gewesen also nicht shelf of a dirty ich weiß nicht ob ich das machen soll einfach mal komm geh mal in dein knickelhaus rein ja komm wir kram das Ding mal aus ich muss unbedingt was essen sehe ich grad ja nicht nur du und der ist ja dunkel so zack ich muss gleich unbedingt cut stone what the fuck die Holzblätter die bringen ganz schön viel licht ok aber ganz schön viel licht ist heftig ach ist das ne sichel ach oder was ist dat keine Ahnung was du meinst ich weiß ich weiß ich zack zack ich google da mal eben nach ich weiß gar nicht was das ist ja ja was denn ich weiß nicht was das ist ohne Witz was Wazor du wirst denn was das ist Wazor keine Ahnung Razor ach ja wenn ich mich jetzt nicht dumm dann stelle rasierer ach 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 bei was denn bei äh hier bei tools ok den packe ich mir mal in mein Backpack rein ein heavy wall habe ich gerade gebaut ein heavy wall habe ich gerade gebaut und kann ich mir eine Mauer machen hm what the fuck du kannst das Ding auch größer machen haha ok den habe ich gerade echt erforscht ich idiot was was haben wir denn da oh komm ich rasiere mich jetzt erstmal oh komm wie oft kannst du denn hunger haben du bist behindert frisst du einfach mal die scheiße ich habe meine haare verbrannt habe ich gerade rasiert ich glaube das gab es auch so wenn du zu viele baume auf häuschen konnten ähm baum geist ich weiß nicht ich weiß nicht ich den jag ich dann ja nimm doch diesen kackbärenbusch mit ohne witz zack ja damit zack wer scheiß denn die ganze welt hier immer zu hm und wer denn sonst hm obwohl das kann man bestimmt auch verbrennen das zeug kannst du dich glaube ich als Dinger nutzen ach ja ach so heubei muss ich nur machen daraus meint das gras wächst nach und bären wachsen auch nah ne sind es ja ich glaub ja hm ach so drei holzbretter für eine chest gut die kiste höh ja daraus drei holzbretter ok auch darum ist ein stein drei drei ok dann bauen wir uns mal eine chest mit damit oh hm öffne ich hier erst dann tun wir da mal das gold rein das tun wir da rein dein tun wir da rein wohl das kann ich behalten hm komisch mit